So, kein Robert! Willkommen zurück zur Zeit! Ja, mit dem Felix wieder und... Ja, genau. Und halt so. So! Erstmal überlegen, was haben wir beim letzten Mal gemacht. Oh, da kann man was einsammeln. Wie kann man hier rennen? Okay, ich dachte, wie bei GTA. Schade. Ja, ich zocke wieder mit dem Controller. Weil, wie gesagt, das ist mir irgendwie angenehmer. Glaub ich. Los, bist du mal fertig da drüben, Freundchen? Ich? Ja, gleich. Guck mal, was ich so schönes alles habe. So, wir wissen nämlich auch nicht mehr, was wir letztes Mal gemacht haben. Wir haben, glaube ich, wir haben das letzte Mal aufgenommen. Irgendwann Dezember, gell? Schöne ganze Weile her. So, wenn es hinkommt. Ich weiß, es ist echt nicht mehr. Keine Ahnung. Äh, was nehme ich denn? Wann ich nicht irgendeinen davon mal? Schöne... Oh, fett! Zurückholen. Ja, Mann. Okay, fahren ist wie bei GTA. Wunderbar. Warum versuchst du mich? Ich versuchst mich, Bitch. Ich hitte dich gleich, Bitch. So, ähm, ich kann ja gleich mal gucken. Ah, okay, das ist Inventar. Da steige ich aus. Äh, Start wahrscheinlich. Nein. Select wahrscheinlich. Ah, Select. Ja, das ist klar. Ja, ne, ich musste nur ganz kurz gucken, wo ich, äh, ne und so. Aufträge und so weiter. Auf mein Handy halt zukommen. Air-Steel-Porn. Dann nehmen wir das mal an. Alter, zwei Kilometer. Ja, ja, steht schon da. Warte nur noch auf dich. Auf mich? Hm. Oh, was ist das? Die ist geil, Mann. Der hat voll Stil. Ja, toll. Mach's halt auch was mit, ey. Ja, gell. Das ist das Geilste daran. Oh, fuck. Oh, das brennt. Oh, das brennt. Oh, wie kann ich da hinbekommen? Da ist gerade ein Auto. Wir sind gerade am Auto vorbeigefahren, dass es einfach gebrannt hat. Von Ende auf den nächsten Moment. Da ist gar nichts passiert. Es ist einfach gebrannt. Zu geil. Wie geht es im Flughafen? Haben wir das denn schon mal gemacht oder so? Nee, ne? Ich glaube nicht. Nee. Ich hab keinen Plan mehr. Verbotszone wird betreten. What? Wieso Verbotszone? Was haben wir gemacht? Weiß nicht, was wir wieder anstellen. Ah, cool. Also die Steuerung im Auto ist echt wie bei GTA. Das macht das ja recht einfach. Ah, schön. So, wie lang noch? Hey, aufzuschließen. Machst du noch irgendwas kaputt? What? Wir sind schon in der Verbotszone, ja? Wir haben uns auch nicht noch auffälliger, als wir so schon sind. Wie siehst du eigentlich aus? Bist du ne Nonne? Ja, ich hab ne Nonne. Ja, irgendwie schon so ein bisschen. Schau mir auf die tilten. Ja, warte. Aber wir fahren jetzt mal... Oh. Fahren ist so schwierig. Verbotszone wird verlassen, ne? Sowas. Alter, ich hab den Fall wieder hier. Ich hab das gar nicht angezeigt. Da war mir schon. Entschuldigung. So. Darüber. Ja, links. Wo sind die Scheiß Handbremse? Hoch! Oh mein Gott! Hoch! Ja, ich bin ausgestiegen. Ich muss erst mal gucken, wo man hier Handbremse betätigt. Ich dachte ich auf A, aber... Ah, doch auf A. Hö, komisch. Hab ich ja eben gedrückt. Haben wir den Waffenladen schon? Ja. Alles macht er wieder kaputt. Äh, 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 äh. Heul, heul. Ja, Freundchen. So. Also. Hoch! Der Latein, was sollte weg? Hä? Wow. Äh, das sollte so. Ich wollte nämlich die Müll loswerden. Hoch! Äh, ähm, äh, ich, ähm, ja. Wow. Rechtsklang. Ja, das hab ich gesehen. Kommt ein bisschen spät. Das musst du früher sagen. Davon linksklang. Wow, B. Ah, fuck. Geradeaus, geradeaus! Nein, hier rechts. Na ja, Bitch, da hättest du da geradeaus fahren können. Hä? Ach egal. Checkst du wieder nicht. Nein, ich weiß gar nicht, was du mit geradeaus meinst. Da ging's nur rechts lang. Und... Ach, halt die Fresse. Ich muss gerade auf was anderes konzentrieren. Bitch. Schau doch mal in den Aufnahmen, dann weißt du es. Nein, bestimmt nicht. Ein Flughafen. Ha, ha, ha. Erstmal rausrollen. Fliegen wir jetzt? Hey, cool. Oh, 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 oh. Es gibt wahrscheinlich einen einfacher Weg, das zu tun. Äh... Keine Gefahr! Oh, jetzt geht's los. Ja, jetzt geht's los. Ja, jetzt geht's los. Alles klar. Auch wie bei GTA. Oder auch nicht. LOL! Äh... Granaten. Ich hab' ne Granate geworfen. Ah, okay. Ähm... Was ist da eben? Ähm... Wie funktioniert das? Ach so, müssen wir jetzt irgendwas... Ah! Hä? Ich werd' beschossen? Boah. Boah. Wieso... Damn, ich hab' ne Shotgun. Diese kleinen Bitches. Hallo? Stirb. Boah, Alter, wie viel die... Ja, frag' ich mich auch grade. Aua! Alter, der hat mich umgehauen, die Sau. Oh! Sie können einfach verloren werden. Immer schön auf'n Kopf. Ja, schon, aber... Im Kontrollen ist es grad' bisschen schwerer. Ich glaube, ich muss den mal ein bisschen intensiver einstellen. Boah, der ist schon langsam, ja. Warten wir mal ganz kurz. Ich muss ja ganz kurz ins Menü. Ja, ich hab' eine Waffenkiste. Warten wir mal ganz kurz. Ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Oh, Fionnen! Steuerung! Ah, ja. Natürlich. Oh, ein bisschen höher, ja. 2, 3, 4, 5. Jo. Okay. Kann weitergehen. Hm. Oh, sind wir auch verdammt langsam. Na ja, gut. Warte mal. Erst mal eine Antwort aufnehmen. Was machst du denn schon wieder? Ups. Trennen! Entschuldigung. Ah, diese kleinen Bitches haben sie ja noch vertraut. Leute, der lebt noch. Was ist denn das, ne Bullshit? Ich mein, ich wusste ja, dass Zane's Row ein bisschen bekloppt ist, aber... Das ist schon echt krank. Störb doch! Ah, Freundchen! Ah! Wo bist du hin? Ja, mach das. Ich versuche hier irgendwas zu töten. Loil! Loil fett, das haben wir denn da geiles gekriegt. Bestöre die Tür mit dem Schallknall. Schallknall. Bam! Kann man damit auch Leute töten? Ja, tatsächlich. Brahms. Na gut, nicht so deutlich. Ah, das ist ne geile neue Waffe, glaube ich. Nee, nicht wirklich. Ich guck mal, ich beschiesse den hier seit 5 Minuten und da passiert nichts. Ups. Sepp, kommst du? Ich will die Tür hier. Ich muss das emulieren. Ja, warte mal. Ich muss noch töten. Ah, wie ist denn die rennen? Nein? So. Ah, ja. Ah, Steuerung. Hui! Bochklatscher. Kommst du? Ja, ich bin doch unterwegs. Kein Stress. Wow. Toll! Warten! Die Tür kaputt gegangen. Das ist doch schön. Das war ja auch unser Ziel. Ich wollte aber, dass du siehst. Ja, mein Gott, da ist die Tür aufgesprengt. Oh mein Gott. Ich habe die Gefängnis. Baaam. Lol. So, was hab ich noch gehört? Ne, jetzt kannst du mal eine Granate. Kaputsch! Kaputsch! Ja klar. Alter, hör mal auf dich rumzustoßen, du Penner. Ihr seid die Helden. Uwa. Steh mit ner Pump vor euch und ihr sterbt einfach nicht, Bitches. Ja, echt, ey. Voll, voll krank. Ah, meine MP mit Brandmoney macht schon viel. Ne, macht nicht viel. Wow. Vorsicht, wenn es mich damit auch angeht. Ja. 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 Ah, du Penner. Oh Gott. Wollen wir mal testen? Ja, ich muss es nochmal testen. Äh. Mach mal den Stoßknall. Oh Gott. Was hast du getan? Äh. Huch. Lol. Pass mal, ich bin weg. Äh. Ah, wir müssen zurück. Oh, warte mal ganz kurz. Ich müsste mal ganz kurz ins Menü rein. Alter, das geht mir so auf die Eier. Das ist so langsam. Ne, mein Controller ist irgendwie voll langsam. Warte mal. Ach, Gameplay dazu und der hätte ich mal mal gucken müssen. Hier, mal höher. Ach, Seppel. Ja, ich dachte ich hätte, ich dachte das wäre die Produktion. Na ja. Mal gucken, ob es jetzt schnell genug ist. Boah. Alter. Ja. Hier, fress das. Immer noch so langsam? Ne, aber... Es wackelt halt ziemlich. Damit treffe ich gerade überhaupt nichts. Du musst ja nicht mal abschieben. Du hast noch 30 Sekunden, Digga. Achso. Wann soll der kommen? Dann sagtest du mal einer. Ah, gut. Danke. Ach ja, wie immer. Warum steckt denn der Panzer ein? Ja, wollte ich auch gerade. Das ist auf jeden Fall die beste Idee, um aus einem Flugzeug zu fliegen. Achso, deswegen. Na, okay, doch. Nicht so die besten. Warum nur ein Panzer? Warum nur der? Äh, Leute, wir dürfen... Wir müssen schießen. Na, wie krank ist denn das? Ach, du... Du hast wo die MG? Ja, ich hab die MG. Leute. Also benutzt du mal am besten das andere und töte mal was. Hier, nehmen wir uns den Panzer da rum. Ja, mach ich doch. Ja, mach ich doch. Ja, mach mal. Los, schieß doch, du doofes Ding. Soll, der brennt schon. Halten zum Beispiel sterben, du Bitch. Danke. Gegen die Viecher kann ich nicht viel mit meiner Waffe irgendwie. Ja, dann töte die großen Sachen. Welche großen? Ja, keine Ahnung, schieß trotzdem mal was ab. Wir sind überall Leute mit Raketenwerfern. Das ist alles, ich mich überrascht. Also müsstest du auch mit links klicken oder so. Irgendwas anderem schießen noch. Du musst es auch vorne dran noch ein Gewehr haben. Nee, ich kann nur da... Ja, dann schieß den Panzer ab. Oh, Bitch. Stürb doch. Jetzt hab ich noch. Loll. Viel Spaß. Boah. Ach, das sind... Diese Kampfjets... Wow, was? Wow. Wie funktioniert das, bitte? Panzer von oben? Ja, ich kann nichts machen. Klar, Alter. Siegenden Panzern kämpfen. Ja, natürlich. Was muss das los, was? Was muss das los, was? Alter, was für Bullshit. Ach, schön. Sei selbst Felix Baumgartenscheißdreck dagegen. Ja, guck mal, wir fliegen ja mindestens 10 Kilometer mehr als er. Wie war's bei Fast & Furious, der Landeplatz? Kennst du das Bild? Ja, so ähnlich, äh, kommt mir das hier grad auch vor. Kack nochmal unrealistisch. Wo man von Europa nach Russland eine Landebahn bauen? So bei Fast & Furious. Ja, wir sind nicht auf dem Bild. Ja, aber echt mal. Wolltest mal irgendwann auf hier. Alter, was? Guck dir mal, wieviel an wieviel Kack-Kampf-Shit das sind. Oh, Alter. Oh, Mann. Oh, wir brennen. Haben wir bestimmte Leben, ne, ne? Ich weiß ja nicht, ob wir das überleben werden. Ah! Schieß das Ding da von da ab, Mann! Hab ich! Na ja, mehr schlechter als recht. Wir sind fast da unten. Ja, super. Ich freu mich gar nicht auf die Landung. Töte den Stakeangreifer. Steck den Panzer aus. Okay, gerne. Wuhu! Oh, hat mal wieder so eine Szene. Wie wunderbar. Kann ich das Flugzeug an? Oh ja, logisch. Flugzeug! Oh, was? Stiehl den Panzer. Oh, welchen Panzer? Ach, den und schon wieder ein Panzer. Nein! Alter, wie wir aber kein Meter nach unten kommen. Warte, 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 warte. Ich fahne mal nicht aus einer bestimmten Kasse. Schnell da fliegt. Aua, aua, aua. Leute, was ist denn? Hallo? Ich krieg die ganze Zeit irgendwelche Sachen auf dem Kopf. Wuuu! Wohu! 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 Weber, ich bin auf dem Flugzeug gelandet. Warum landest du auch auf dem Flugzeug? Das ist gefährlich! Machen wir doch nicht. Oh nein... Ey, auf den Panzer. Ba, 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 ba! Ba, 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 ta, Oper! Leute, den hab ich auch schon seit hundert Millionen Jahren nicht mehr gegessen. Schmeckt aber gut. Komm. E!!.a zum Aussteigen. jęetin, arbonna, Arbona, jetzruhe slonnen. Jetz! Zeit, lang Yours. Kiel den Panzer! Wuhuuu! Ist eigentlich sinnlos hier die Mumikratzen verschieben. Ja, momentan, ich wohne ich, Mann! Wow! Du musst die Dinge übrigens ausweichen, die da auf uns zukommen, ne? Also, das weißt du auch nicht. Leute, bei mir backen da unten voll viel... Ja. Ja, bei mir backen da unten voll viel... Ja. Ja, bei mir backen da auch grad übelst. Troller, Leute. Fuck it! Fuck it! Wuhuuu! Doch der Panzer, den wir stellen sollen, oder? Ja, ja. Leute, ich brenne. Nee, ist er nicht. Doch, es gibt nur einen Panzer, den wir stehen sollen. Ich bin drin übrigens. Wir haben vorbeigeflogen. Wie geht das denn? Wir werden von denen schon wieder! Das ist doch ein Depp! Oh, doch, es geht weiter. Unglaublich! Depp hat uns gerettet! Ja, ja, ja. So ist es doch immer vorkommen. Soll er einmal was wichtig gesagt haben? Nein, oder? Und jetzt fährt er auch noch weiter, oder? Jo, natürlich, was sonst? Huch! Hey, Vorsicht, Mann, mein Afro! Aus was das für ein Stahl gemacht sein muss? Aus Stihl-Ports, Stihl-Stihl-Stahl! So, wir sollten uns besser vergessen! Gib doch mal Gas, App! Ich kann nicht! Ah ne, du guckst ja auch aus der Lupe! Warte mal! Wo, warte mal! Äh, Zombies? What the fuck? Lol! Ah, das ist die infizierte Zone! Was ich dir mal erzählt hab! Hä? Fuck my life! Fuck my life! Welche, welche infizierte Zone, hä? Mach es so? Dankeschön! Schönen Sie bei Verb screw. Jesus.. Vielen Dank.